Ja, dieses Video widme ich ganz persönlich dem König aller Groundhopper. Fahri, dieses Video ist ganz für dich allein. Hier ist dein Prof. Wir sind hier in Gaoxing in Taiwan und gucken dort Chinesisch Taipei gegen Australien bei der WM-Qualifikation. Es ist aus der Not herausgeboren, das Alternativprogramm, denn eigentlich, das weißt du ganz genau und ich auch, hätten wir eigentlich jetzt, Punkt um diese Uhrzeit, gemeinsam in unserem Hotel in Pyongyang auf den Länderpunkt Nordkorea anstoßen dürfen können, wie auch immer. Ich habe zumindest meine Argentinien-Trikot an, das habe ich ja versprochen. Der Termin wird nachgeholt und wieder einmal ein eigentlich trauerer Tag, denn der Fußball hat anscheinend die Politik verloren und mehr muss ich dazu nicht sagen. Von daher, Fahri, wir holen es nach, bleibt tapfer. Die Vida di Connoi, Ausgesperrte, immer bei uns. In diesem Sinne, wir sehen uns. Ciao, Fahri!